Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reizgespräches hier auf meinem YouTube-Kanal der Reizeffekt Klare Kante gegen dumpfe Parolen Heute goes the Reiz-Channel international Ja, also weit sind wir nicht gekommen, nur in Anführungsstrichen nach Österreich aber ich habe heute den Stefan aus dem schönen Wien bei mir zu Gast der aus der Szene der Verschwörungstheoretiker kommt und seit einiger Zeit da ausgestiegen ist und auf seinem Kanal Aufklärungsvideos über diese Szene veröffentlicht Lange Rede, kurzer Sinn Stefan, willst du dich gerade selber mal kurz vorstellen bevor wir zum eigentlichen Thema des heutigen Videos kommen? Also mal herzlichen Dank Axel, dass du mich eingeladen hast um über dieses Thema zu sprechen, für dein Interesse Ich muss dir gleich mal Props geben ich verfolge dich schon etwas länger gemeinsam mit dem Philipp Schlaffer muss sagen, es hat mich durchaus ein bisschen inspiriert eure Arbeit, die ihr da macht Ich mag es jetzt nicht direkt miteinander vergleichen aber die Form der Aufklärung, die ihr bringt über euren Ausstieg zu erzählen hat mich schon auch dazu bewogen das jetzt auch öffentlich zu machen was ich erlebt habe und also du hast dir schon gesagt, ich heiße Stefan ich heiße Stefan Bartonek, ich bin aus Österreich, ich bin Niederösterreicher lebe in Wien, sehe mich eigentlich als Kulturwiener mittlerweile und bin ausgebildeter, studierter Schauspieler, bin eigentlich Künstler und bin dann irgendwann mal über Umwege in diese Szene hineingedriftet die du eh gerade erwähnt hast Alles klar ich kann die Props nur zurückgeben das wirkt immer so ein bisschen blöd wenn man sich mit den Gästen direkt zu Anfang immer gegenseitig die Hand schüttelt und sagt so, ey ich finde super was du machst aber auch du hast ganz tollen Content muss man wirklich sagen ja und obwohl ich als Rechtsextremist damals auch Verschwörungstheorien gepredigt habe ist das doch nochmal eine ganz andere Szene in der sich auch ganz andere Leute einfinden können als in dieses klassische Neonazi-Milieu aus dem mein Freund Philipp und ich stammen und deswegen ganz 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 wichtig dass da Leute auch hervortreten und sagen passt auf Leute was wird da für ein Bullshit eigentlich erzählt was sind das für Hintergründe und was geht in den Köpfen der Leute eigentlich vor weil viele viele von denjenigen die mit diesen Theorien und diesen Szenen erstmal in Berührung kommen überhaupt gar keine Vorstellung haben was da alles so aufgeladen ist was da für Narrative im Hintergrund mitspielen und wie zynisch mitunter auch die dortigen Stichwortgeber und Leitwölfe sind und muss man ja so sagen du bist jetzt nicht irgendein Mitläufer gewesen du warst ja schon mittendrin statt nur dabei, oder? Ich war mittendrin, ja also ich war das hat interessanterweise oder ironischerweise hat es genauso begonnen mit einer ähnlichen Situation wie wir sie jetzt haben nämlich 2014 mit der sogenannten Ukraine-Krise wo ich dann so einen totalen Vertrauensbruch hatte gegenüber den etablierten Medien und dann über Friedensdemonstrationen die sich die Friedensmahnwachen nannten bin ich dann so vom Friedensaktivisten zum alternativen Medienaktivisten geworden hatte dann einen YouTube-Kanal der nannte sich Gruppe 42 und hab da Vorträge in Wien organisiert wo das Who is Who der Szene aufmarschiert ist Direkt mal können wir reingehen wer war zum Beispiel da also was sind so die Who is Who's der Szene die man kennen sollte oder kennen müsste wenn man Bescheid wissen will wer steckt dahinter also Ken Jebsen war öfters hier mit dem hatte ich durchaus ein freundschaftliches Verhältnis also jetzt nicht Best Buddies oder so aber der war in Wien ein paar Mal ich war auf Besuch in Berlin ein paar Mal Daniele Ganser Vortrag hatte ich organisiert Tommy Hansen der mittlerweile verstorben ist der war so ein Journalist deren 321 hatte der herausgebracht Monika Donner die man jetzt von den Corona-Demos kennt ein reiner Rotfuß Vortrag hatte ich organisiert Markus Fiedler von Geschichten aus Wickehausen also da war schon alles gut alles gut komprimiert zusammen und zusätzlich dazu habe ich noch gearbeitet fürs Rubicon Magazin war mal bei Nuo Visu also ich habe schon so dass die prominenteren Menschen aus dieser Szene kennengelernt was mir immer auffällt ist ich verfolge ja auch dann sage ich mal jetzt berufsmäßig also in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Extremismuspräventionsarbeiter ja auch immer die verschiedenen Kanäle von sogenannten Verschwörungsideologen und was mir auffällt ist dass die sich untereinander zwar gerne vernetzen treffen, gemeinsame Veranstaltungen abhalten aber wenn es dann in Mediarese geht ja wenn man die die tatsächlichen Theorien von denen sich anschaut die sich eigentlich spinnefeind sein müssten ja weil jeder hat ja da so sein Hauptsteckenpferd für den einen sind es die Bilderberger für den anderen die Illuminaten für wieder einen die Freimaurer da gibt es ein paar Verstrahlte die von Reptiloiden erzählen da ist ja wirklich so ziemlich alles dabei was man sich vorstellen kann und da frage ich mich immer wenn die Leute doch so feste Überzeugungen haben und so Theorien vertreten von denen sie dann auch alle anderen angreifen die sie nicht teilen als Schlafschafe als Dumpfbacken als die nicht erwachten oder die gekauften Sklaven des Systems das ist ja auch immer so ein gern bemühtes Bild wie kann man dann auch mit jemand anderem klarkommen der die eigene Theorie ja auch negiert und sagt was erzählst du da für ein Blödsinn es sind doch ganz andere Hintergrundmächte mit dem was zu tun haben hast du sowas selber erlebt und ist das sowas auch in der Szene thematisiert worden oder hat man das einfach beiseite geschoben und gesagt kommt egal wir haben jetzt einen gemeinsamen Hauptverein die Medien das System und so weiter und hat das gar nicht großartig dann so sie ins Bewusstsein gehoben dass man da ja auch mit Leuten zusammensteht die einen ja auch tatsächlich ihrer eigenen Ideenwelt nachzufolge für deppert halten ja also wie du sagst das ist sehr das ist sehr bunt gemischt diese ganze Szene und sehr breit gefächert ja du hast das zum Teil mit dem totalen Wahnsinn zu tun und dann hast du es aber zu tun mit mit Theorien mit Ausführungen die durchaus noch 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 eine faktische Grundlage haben ja das was ich was so wie es ich empfunden habe ähm gibt es dann immer wieder Ereignisse die dann die Szene wieder zusammenführen äh sei es äh 2014 und dadurch entsteht auch eine Form von Macht in der in der öffentlichen Wahrnehmung ja wenn so das gemeinsame Narrativ bedient wird das war eben 2014 als ich reingerutscht bin diese Ukraine-Krise wo wo von ähm wo diese ganzen Portale eigentlich das das gleiche Narrativ bedient hatten manche halt brutaler ausgeführt manche dann sanfter aber vom Prinzip war es das gleiche äh und dann war eigentlich längere Zeit ein Bruch ja da gab es es gab ja in der Szene zum Beispiel auch gibt es die härtesten Debatten untereinander zum Beispiel was jetzt den Klimawandel betrifft ja da gibt es ja welche die den total leugnen dann hast du wieder welche die den anerkennen das das führt schon zum Teil auch zu richtigen Feindschaften äh und die große Vereinigung die große Zusammenkunft war dann äh 2020 frühen früher 2020 als es um den Great Reset und Corona ging und der Corona-Faschismus der kam also da haben sich diese ganzen äh unterschiedlichen Protagonisten und Protagonistinnen die man aus der Szene kennt dann schon wieder sehr gut vertragen und gemeinsame Sache und gemeinsame Stimmung gemacht also kann man tatsächlich sagen es ist auch mitunter taktisch bedingt ja dass man sagt okay wir arbeiten jetzt zusammen weil wir haben jetzt einen gemeinsamen Nenner gefunden aber was ist denn so der dahinterstehende Plan also das habe ich nie so verstanden wenn dann einer erzählt ich habe die totale alleinige Wahrheit gepachtet daneben gibt es nichts anderes wie würden die denn mit ihren zeitweise Bündnispartnern verfahren ist das tatsächlich so nach dem Motto oh ja jetzt friss oder stirb wir müssen damit wir mehr sind und schieben wir beiseite wenn wir dann das Sagen haben oder gehen die auch davon ihrer Binnenperspektive so aus meine alleinige Wahrheit wird sich irgendwann Kraft ihrer selbst durchsetzen wenn die bösen Hintergrundmächte beseitigt worden sind die ähm verhindern dass sie zum Durchbruch kommen kann so die große Taktik würde ich sagen die gibt es die gibt es nicht in der ganzen Szene es gibt es gibt ähm Portale es gibt Protagonisten Protagonistinnen es gibt Medienschaffende also alternativ Medienschaffende die ganz klar auf eine Vernetzung äh ausgelegt sind die das auch als Taktik sehen aber in Summe gibt es das nicht aber es gibt in in Summe gibt es ein ein also das ist so wie ich das empfinde oder empfunden habe ja es gibt in Summe eine Wahrnehmung die alle die alle vereint ja und das ist vom Prinzip ist das Angst vor dem großen Ereignis dass das irgendwie schon fast da ist aber noch nicht ganz da ist aber es es kommt das große Ereignis und das wird uns dann führen in die New World Order in den neuen Faschismus ja in 1984 in diese ganzen Dystopien die man halt so so parat hat das das ist eigentlich diese diese große Einigkeit in dieser Szene ist die Angst vor dem Tag X ja oder dem Great Reset ja oder der New World Order wie ich schon gesagt habe und und das und deshalb kann man dann ich spreche da nicht für alle in der Szene gibt es auch Ausnahmen ja da gibt es anständige Menschen auch ich spreche nicht für alle ich spreche über die Szene allgemein und und das Problem was man dann hat in dieser Szene und mit vielen die da die da anhängen ist dass du ein Ereignis nicht mehr als singulären Event empfinden kannst oder auffassen kannst du connectest es immer mit irgendetwas was in der Vergangenheit passiert ist das kann man auch machen ja nur man sollte man sollte halt nicht aus Überzeugung die Punkte verknüpfen ja sondern nur wenn das irgendwie wissenschaftlich auch einen Sinn macht oder faktisch einen Sinn macht ja und ich habe das halt erlebt bei auch im näherem Freundes- und Bekanntenkreis weißt da ging es los mit Corona am Anfang hatte man noch die Angst dass das jetzt der Todesvirus ist und und die ganze Welt ausrotten wird und zwei Wochen später war man überzeugt das ist alles fake und wir werden jetzt in die Masken-Diktatur hineingeführt ich muss dazu ja auch sagen erstmal auch ganz wichtig was du gesagt hast hier geht es auch gar nicht darum einzelne Leute zu diskreditieren oder die fertig zu machen unser Grundsatz ist vom Verein Extremistos in dem Philipp Schlaffer und ich aktiv sind auch immer sei gegen den Extremismus nicht gegen den Extremisten ja der ist ein Mensch und ich bin das beste Beispiel Menschen können sich wenn sie sich verirrt haben ändern du bist ein gutes Beispiel dafür und ich habe ja immer so die Hoffnung dass viele viele von den Fanatikern von den Extremen und von den Leuten die heute kein Schwarz und Weiß mehr kennen sondern nur ihre Ansicht und meinen dass wir die Wahrheit schlechthin wieder auf einem vernünftigen Weg zurückfinden können das geht auch nur wenn man die Hand ausstreckt und sagt pass auf ich habe nichts gegen dich als Mensch wir reden jetzt mal ganz faktenbasiert darüber was du da eigentlich für einen Unsinn verzapft und man kann über vieles streiten man kann über vieles kontroverser Meinung sein und das wird meiner Ansicht nach immer so ein bisschen aus dem Blickfeld gelassen in vielen Teilen der Gesellschaft es ist ja auch nicht so dass Extremismus jetzt nur auf einem bestimmten Teil anwendbar ist Extremismus kann jeden befallen infizieren sage ich jetzt mal und dafür sind ja auch gerade die Corona-Proteste ein gutes Beispiel da laufen ja Leute miteinander die vom Wahlverhalten her vom politischen Verhalten und von der Persönlichkeit her eigentlich völlig inkompatibel erscheinen müssten ja Friedensaktivisten totale Totalitaristen Rassisten von der identitären Bewegung der neuen Rechten und wirklich Leute die eher Anarchisten sind und sagen jeder staatliche Eingriff ist ein Verbrechen und so weiter und so fort da ergeben sich schon krasse Querfronten und Gemengelagen muss man sagen und das ist eben halt auch nur möglich weil diese Narrative ja auch dieser Populismus nenne ich es jetzt mal für viele Menschen eine Ausflucht gibt oder viele Menschen anspricht und sagt hey da ist jetzt eine einfache Erklärung für eine komplexe Sache die gibt mir natürlich auch eine gewisse Sicherheit das dürfen wir auch nicht vergessen ich weiß nicht wie es bei dir war aber ich habe damals so die Erfahrung gemacht wenn man einfache Lösungsvorschläge und einfache Erklärungen den Leuten an die Hand gegeben hat war das für die auch einfach eine Sicherheit dass sie gedacht haben ich verstehe jetzt wie die Welt funktioniert ich weiß was gut und richtig ist ich habe einen moralischen Kompass und wenn ich da ein Feindbild habe was ich beseitigen muss habe ich damit ja auch so diese Hoffnung nach der Dystopie ein Paradies zu erreichen im Kopf und dann bin ich nicht nur derjenige der dafür gekämpft hat also ein guter Mensch weil ich ja für die richtige Sache gefochten habe gegen die sinistren satanischen Kräfte die sich verschworen haben die Welt ins Unheil zu stürzen ich werde ja im selben Augenblick auch Kraft meiner Erkenntnisse über alle anderen erhaben das ist ja sehr sehr weit verbreitet das ja immer gerne dann wie eben schon erwähnt von den Schlafschafen und so weiter die Rede ist und man sich dann selber auf die Schulter klopfen kann und sagt Mensch ich bin so clever ich bin so klug ich habe das alles durchblickt hört auf mich ich kann euch den Ausweg zeigen und wie war das denn so deine Motivation also gehen wir mal nochmal ein Stück weit zurück wir haben uns jetzt schon so ein bisschen verquatscht das ist mein Fehler wenn wir zurückgehen was hat dich denn damals so 2014 in der Ukraine-Krise aus Protest gegen eine deiner Ansicht nach einseitige Berichterstattung der Medien dazu getrieben dann wirklich so ins andere Extrem zu verfallen das ist ja dann schon so ein bisschen wie man sieht okay ich kritisiere die eine Seite aber ich docke dann auf einer anderen Seite an die ja auch keine Grautöne kennt sondern die auch nur ein entweder oder wenn die Unrecht haben habe ich recht und umgekehrt kennt was war so deine deine Triebfeder wolltest du besser sein als andere oder hast du gedacht du verhinderst jetzt die Apokalypse was war so dein Gedankengang dahinter schau es hat ich war ja ich bin Künstler ich bin Schauspieler aber ich bin politisch immer sehr interessiert gewesen habe Zeitungen gelesen habe die ganzen Nachrichten geschaut im Fernsehen und so und habe auch gerne über so Sachen diskutiert und gesprochen und dann habe ich mitbekommen das ging halt so an Dezember 2013 am Maidan die Protestbewegung die Protestbewegung gegen den damaligen Präsident ich glaube Poroschenko war das und ich war da total noch auf Seiten dieser Protestbewegung weil ich mir gedacht habe das ist ein korruptes Land und ich unterstütze das wenn die Zivilgesellschaft sich da loslösen möchte wenn sie sich Richtung Westen öffnen möchten und mich hat dann aber beunruhigt wie diese Proteste am Maidan das wurde immer gewalttätiger von Seiten der Polizei zum Teil auch von Seiten der Protestierenden und dann kam es dann irgendwann das war so Jänner, Februar haben dann dort Barakten gebrannt dann habe ich mitbekommen über Facebook wie Journalisten und Journalistinnen aus Österreich da sehr aktivistisch wurden sich für diese Bewegung eingesetzt hatten ich hatte auch in meinem Umfeld so Künstlerkollegen die da sehr aktivistisch wurden und das hat mich alles noch auf eine sehr positive Art beeinflusst und dann habe ich da weiß ich noch ich muss dazu sagen 2013 war einfach ein übles Scheißjahr für mich also das war so wirklich eines der miesesten Jahre meines meines Lebens was ich da so gesammelt hatte und es ging aber dann so Ende 2013 Anfang 2014 fing es an da ging es fing es an mir so ein bisschen besser zu gehen und dann weiß ich noch da lag ich im Bett und war so ein bisschen beschäftigt mit diesen Gedanken an die Ukraine und dann gehe ich auf Facebook Facebook habe ich damals genutzt einfach nur mit Freunden zu schreiben ab und zu mal ein blödes Posting zu machen Politik nada und dann erinnere ich mich dass ich von einem Studienkollegen der hatte ein Interview gepostet mit Wladimir Putin aus dem Jahr 2013 mit irgendjemandem vom WDR im Deutschen Rundfunk und dann hat er so dazu geschrieben schaut euch das bitte an es gibt immer auch eine andere Seite und ich habe mir das angeschaut der Typ war muss man dazu sagen der war selber Osteuropäer der hat ein bisschen einen anderen Blick auch auf Europa das war jetzt aber nicht so dass der gesagt hat Putin ist super ja und ich feiere den Typen total der hat einfach nur gemeint hey ein bisschen deeskalieren und mal auch die andere Seite anhören und dann habe ich mir dieses Interview angeschaut und dann habe ich mir so gedacht da hat Putin da ging es um die NGOs die damals verboten wurden dann hat Putin gesagt ja das wurde in Amerika genauso gemacht und in Amerika wird das genauso gemacht und das wird genauso und ich habe mir die ganze Zeit gedacht ja na eigentlich da hat er schon irgendwie recht ja und dann war das Interview vorbei das lief 45 Minuten und ich habe es mir am Stück angeschaut und dann wäre die Sache eigentlich zu Ende gewesen ja vom Prinzip wäre es da zu Ende gewesen aber YouTube hat eben erkannt dass ich mir dieses Video 45 Minuten lang angeschaut hat und dann hat es mir einen Video Vorschlag gemacht und dieser Video Vorschlag war damals Ken FM hieß Ken FM und der Titel war der Krim Krimi und die Hintergründe und ich drücke drauf ja und schaue mir das an und das hat gedauert ich glaube 33 Minuten und Ken Jebsen ist damals der hatte so eine mitreißende Energie es war zwar eine sehr aggressive Energie aber es hat mich irgendwie abgeholt dieses Video hat mich abgeholt er hat erzählt ja da geht es ja nicht nur um die Freiheit da geht es um Schürfrechte da geht es auch um Öl und und wenn wir uns nicht aufpassen dann wird der dritte Welt dann kommt jetzt der dritte Weltkrieg und er macht das ja nicht für sich er macht das für seine Kinder und ich ich bin Vater liebender Vater auch und ich schaue mir das an und ich denke mir what the fuck ich habe keinen Bock auf dritten Weltkrieg und der hat recht und der hat recht und der hat recht und am nächsten Tag habe ich angefangen mal aktiv zu werden auf Facebook ich habe fast nie was auf Facebook gepostet und am nächsten Tag ging es los dieses Video von Ken Jebsen von da irgendein Video von da irgendein Video immer dazu geschrieben hey Leute wir müssen zusammenhalten gegen den Krieg gegen den dritten Weltkrieg und so das ist gefährlich was gerade passiert und dann habe ich mitbekommen YouTube hat mich gefüttert dann mit ihrem Algorithmus die haben gesehen okay der schaut diese Videos die knallen wir ihm weiter rein und und dann bin ich halt so in dieses Kaninchenloch ja ich war jetzt nie so tief drin aber ein bisschen schon und dann habe ich mitbekommen über mein Portal war damals KenFM dass es diese Friedensmannwachen gab in Berlin und da war ich dann schon so ein bisschen kritisch was unsere Medien betrifft vor allem die Berichterstattung in der Ukraine ich habe für mich den Eindruck gehabt dass das dass das sehr einseitig berichtet wird und dass da zum Beispiel die Aktivitäten des rechten Sektors die es ja auch gegeben hat ja die wurden aber irgendwie meiner Wahrnehmung nach wurde das kaum thematisiert dann kamen so Theorien auf dass das auf die Demonstranten eigentlich von Ukrainen geschossen wurde nicht von der Polizei und ich habe angefangen mich von der Erzählung unserer Mainstream-Medien abzuwenden dann kam noch dazu dass diese Friedensdemonstrationen die Friedensmannwachen die wurden halt so dargestellt als wären das die ärgsten Nazi-Aufmärsche muss ich sagen war auch ein Fehler von den Medien weil das das hat mich in so eine Trotzhaltung hineingetrieben und letzten Endes hat es dann damit geendet dass in Wien dann in Berlin ging das glaube ich los Anfang Mitte März mit diesen Mahnwachen in Berlin hatten wir in Wien hatten wir dann die erste Ende April da konnte ich nicht dabei sein ich war dann am 5. Mai dabei 2014 hatte eine Rede geschrieben und die Rede hat eingeschlagen also zwei Tage später hat mich Ken Jebsen angerufen er möchte das auf seinem Portal veröffentlichen und dann ging es los dann ist mein Facebook explodiert ich hatte innerhalb von ein paar Tagen 2.000, 3.000 Facebook-Freunde mehr und dann war ich drin und dann war ich kein Schauspieler mehr dann war ich kein Künstler mehr ich habe zwar noch am Theater gespielt ich hatte eine Schauspielagentur die mich unter Vertrag hatte aber mein Leben war auf den Kopf gestellt und ich habe mir gedacht ich kämpfe jetzt für die Aufklärung ich kämpfe gegen den kommenden Krieg gegen den dritten Weltkrieg und dadurch habe ich mich auf eine gewisse Art auch erhaben gefühlt also ich hatte schon so das Gefühl das ist für eine gute Sache für die ich jetzt kämpfe und die anderen es war jetzt nicht so das Schlafschafe das gab es in meinem Vokabular nicht aber es war schon irgendwie so dass ich mir gedacht habe ja ihr seid halt alle arme Propagandaopfer und ich habe es jetzt durchschaut und entsprechend bin ich auch aufgetreten mit einer ziemlichen Arroganz auch zum Teil die mir aber auch einiges gekostet hat dann ja da ist ja schon sehr viel Impact drin also sehr sehr viele Dinge die du erzählst die ich auch selber nachvollziehen kann aus meiner eigenen Geschichte als Extremist ja und auch viele Dinge die ich als Propagandist auch ganz gezielt selber genutzt habe du hast ja gerade gesagt du bist liebender Vater du machst dir natürlich auch Sorgen um die Zukunft deiner Kinder niemand möchte einen Krieg haben ja man man ist natürlich auch von so eigentlich inhaltsleeren Worten wie Frieden Freiheit Glückseligkeit immer auch schnell dann positiv getriggert und das sind ja auch Elemente die gezielt von Extremisten oder auch von Verschwörungsideologen wie Ken Jebsen dann eingesetzt werden um ihre eigene Narrative dann entsprechend auch auszuschmücken ja nur du sagst ja du bist auch jemand gewesen der der gern auch den Diskurs gesucht hat der mit Leuten diskutiert hat und der erstmal auch völlig verständlich und auch positiv wie ich finde gehört hat okay man muss sich beide Seiten anhören damit man sich ein umfassendes Bild machen kann ja und dann hast du halt angefangen dich auch über andere Dinge zu informieren die so in den Medien nicht dargestellt worden sind und hast gedacht okay da gibt es vielleicht auch mehr aber hast du zwischendurch nicht doch noch irgendwann mal das Gefühl gehabt ich bin jetzt auch wieder sehr einseitig ja und wenn du schon selber von dir sagst du bist sehr arrogant gewesen weil du dachtest ah ich hab's geblickt die anderen nicht war da nicht irgendwo mal so eine Stimme da dass du noch gesagt hast ja okay vielleicht ist nicht alles was da so als Theorie oder als Möglichkeit oder als Impuls dargestellt wird hundertprozentig und alternativlos ja weil natürlich kann man immer argumentieren ach der böse Westen dem geht es um Bodenschätze dem geht es gar nicht um Freiheit der will geopolitische Machtinteressen durchdrücken nur das enthebt ja auch nicht dann die andere Seite von ihrer Verantwortung selbst wenn man jetzt all diese ganzen Vorwürfe gegen den Westen und gegen Amerika stehen lassen würde und würde sagen für den gut kommt da reden wir jetzt gar nicht drüber würde das ja die anderen auch nicht heilig sprechen ja das ist ja immer genau das was ich den Leuten auch immer anführe es gibt nicht nur die binäre Sichtweise nicht nur gut und böse ja natürlich war es damals auch ganz toll dass die Rote Armee Deutschland vom Nationalsozialismus befreit hat dass sie dann aber schreckliche Verbrechen begangen haben auch an der Zivilbevölkerung das war alles andere als toll und da kann man nicht nur sagen es gibt nur gut und nur böse weil viele Dinge sind eben sehr differenziert zu betrachten und ich sage mal es gibt nicht nur schwarz und weiß nicht nur gut und böse nicht nur hell und dunkel sondern sehr sehr viele Gemengelagen und hast du die nicht mehr gesehen oder nicht mehr sehen wollen dass man dann da irgendwo sagen musste okay bei aller notwendigen Kritik bei allen Dingen über die wir vortrefflich diskutieren können bin ich doch jetzt auch eigentlich genau das was ich an der anderen Seite kritisiere ich bin doch super einseitig eigentlich und nur immer mit den selben Leuten unterwegs die sich gegenseitig erzählen wie recht sie noch haben oder? ja also da muss ich sagen nee das gab es eine Zeit lang war ich einfach felsenfest davon überzeugt auf der richtigen Seite zu stehen und das Richtige zu machen es kann es sind halt auch dann so Sachen passiert wie ich habe halt ich war einerseits auf der Straße jeden Montag bei diesen Demonstrationen mit dabei war da als Redner mit dabei habe moderiert auch und auf der anderen Seite habe ich einen ganz krassen Aktivismus auf Facebook betrieben und das hat dann dazu geführt dass ich auch meinen Job den ich damals hatte ich habe am Theater ich war Schauspieler am Theater und der Direktor und Regisseur von diesem Theater der konnte nicht mehr mit mir und der hat dann hat mir dann geschrieben hat geschrieben du Stefan so gerne ich dich mag ich kann nicht mehr ich kann mit dir nicht mehr arbeiten wenn du dich beruhigen solltest dann machen wir es wieder und das das hat mich so gekränkt aber es hat mich nicht so gekränkt dass ich reflektiert habe sondern es hat mich so gekränkt dass ich mir gedacht habe jetzt erst recht und bin noch tiefer rein in diese ganze Sache dann hatte ich ich habe erzählt ich hatte eine Agentur in Deutschland die mich unter Vertrag hatte und dann gab es so das war dann eher das linksextreme Spektrum also Internet Aktivisten denen halt die mir da mit Querfront und so kamen und die dann angefangen haben mich online so ein bisschen zu stalken und auch gemeint haben diese Agentur der muss raus der darf keine Arbeit mehr haben und haben angefangen diese Agentur auch anzuschreiben daraufhin habe ich die Agentur geschrieben habe geschrieben lieber Matthias ich bin fertig mit dem Ganzen ich mache nichts mehr nehmt mich raus nicht dass ihr Probleme bekommt und dann war ich vom Prinzip vom studierten Schauspieler ich meine komplett irre eigentlich das war eine Elite Uni auf der ich auf der ich mein Handwerk gelernt habe und plötzlich stehe ich auf der Straße und halte Reden für gegen den dritten Weltkrieg manche Sachen die ich gesagt habe waren ja auch okay ich kann da hinter manchen Sachen kann ich noch stehen auch aber diese ganze Szene und dieses Mindset wo ich drin war und Axel ich sage dir ich tue ja das gerade aufarbeiten ich mache auf meinem YouTube Kanal diese Reihe von einem der Auszug das fürchten zu lernen ich habe da jetzt zwei Teile die Woche kommt der dritte wo ich halt diesen Werdegang in die Szene hinein wie war es drin wie bin ich wieder raus aufarbeite und Axel ich muss dir sagen ich liege manchmal im Bett und denke nach und mache mir Notizen was war da und es gibt so die Momente wo ich mir denke Alter was was hast du gemacht was war mit dir los mit welchen Leuten hast du dich umgetrieben ja was was hat mich damals geritten ja es war so weißt es hat mich immer angekotzt damals zu dieser Zeit als ich aktiv war gab es immer wieder diese Experten die gesagt haben das ist ja wie in einer Sekte ja das ist ja wie in einer Sekte organisiert und die benehmen sich wie Sektenmitglieder und das hat mich so angekotzt ja und jetzt aber ich bin so Anfang 2020 langsam raus der ganze Bruch kam dann so 2021 und jetzt bin ich an dem Punkt wo ich sage hey es ist tatsächlich so ja vom Prinzip ist es wie eine Sekte ja du lebst da drin du stellst nichts mehr in Frage du fühlst dich in dieser Gemeinschaft wohl und aufgehoben man bestärkt sich auch gegenseitig bei Veranstaltungen bei Demonstrationen wo man sich trifft also es ist vom Prinzip hat es tatsächlich was Sektenhaftes an sich das Ganze ähnlich ist ja auch es wird ja Abweichlertum auch hart sanktioniert muss man sagen also wenn man sich dann hinstellt und sagt von wegen ach komm pass auf aber dieses Medienoutlet ist etabliert aber die schreiben tatsächlich Dinge die Hand und Fuß haben und die richtig sind oh da hat es schon böse Shitstorms gegeben ja also da gibt es ja manchmal so Gruppen die öffentlich einsehbar sind auch auf Facebook wo da jemand sowas äußert der noch nicht ganz so tief drin ist und was der da um die Ohren geklatscht bekommt dann von den Erhabenen den Wissenden das ist schon harter harter Tobak also man kann ja wirklich auch sagen diese Szene die ist ja nicht ansatzweise so freiheitlich wie sie sich immer darstellt das ist ja nicht so ach hier kann jeder mitmachen und alle können machen was sie wollen und uns geht ja nur darum dass die Wahrheit verkündet wird das an sich ist ja eigentlich schon ein sehr geiler Anspruch wir kennen die Wahrheit und alles andere ist Lüge und Lug und Trug das ist ja schon so ein bisschen ja pseudoreligiös muss man sagen ja um jetzt nicht den Kampfbegriff der Sekte verwenden zu wollen sondern wirklich sagen schon fast pseudoreligiös oder? ja ist es ja und ich habe das ja auch dann schnell gemerkt weißt die Szene selber das ist ja politisch sehr durchmischt ich würde aber schon sagen dass in dieser Bubble so die die rechten bis rechtsextremen Kräfte schon die Oberhand haben ich bin politisch eigentlich eher links ja und ich habe dann schon immer wieder gemerkt dass mir das dass mir das manchmal vorgeworfen wird ja und dann eine andere Sache wo ich dann angefangen habe zu zweifeln auch an dieser ganzen Bubble das war eben was Klimawandel betrifft ja da gibt es halt welche die sagen das ist alles Bullshit es wird eigentlich wärmer und dann gibt es halt andere die sagen na das stimmt schon so und das das hat ja also das hat zu einem zu einem Krieg zum Teil auf YouTube geführt wo man sich wo 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 man versucht hat diesen Menschen der gemeint hat Klimawandel ist real hinaus zu drängen aus dieser aus dieser Community dafür zu sorgen dass er keine Spenden mehr bekommt man lebt ja viel von Spendengeldern die reinkommen also da herrscht dann man tut zwar so wir sind da im Sinne der Aufklärung man liebt auch die Aussteiger aus den Mainstream Medien aber wenn dann jemand selber aus aus der Community ausschert und irgendwie mal was anderes sagt dann wird da genauso gegeifert und gehasst wie überall anders auch mir auch aufgefallen ist immer dieser dieser Kampfbegriff der Mainstream Medien die Medien sind auch meiner Ansicht nach in einigen Bereichen ziemlich einseitig aufgestellt eben auch weil viele Journalisten Meinungsmacher betreiben Journalismus betreiben und das nicht so kennzeichnet ist ja auch okay sollen sie auch machen aber es wird mitunter in vielen Berichten die eigentlich objektiv sein sollten auch sehr viel Meinung noch mit reingebracht meiner Ansicht nach das ist schon ein Problem aber wir haben ja trotzdem ein sehr diverses Spektrum auch der Medienwelt ja wenn ich mir Leute anschaue hier in Deutschland wie Ulf Porschert oder Jan Fleischauer ja oder auch Magazine wie den Fokus die ja auch sehr konservative Themen vertreten und auch sehr zeitgeistkritische Beiträge veröffentlichen da kann man ja gar nicht davon sprechen es gibt jetzt nur die Medien die eine Meinung verbreiten und das Interessante ist dann diese ganzen Verschwörungsideologen oder auch die ganzen Rechtsextremisten die immer dann von Lügenpresse Lügenpresse spadronieren sobald dann mal irgendein Beitrag in ihrem Sinne ist in einem der etablierten Berichte wird der sofort zitiert ah guck mal die sagen jetzt auch was wir sagen oh guck mal die haben es jetzt auch eingesehen wenn das doch alles nur gelogen ist wenn es doch da nur ein Schwarz oder Weiß gibt dann kann ich doch eigentlich ehrlichen Gewissens nicht sowas zitieren also ich würde mir selber widersprechen wenn ich auf der einen Seite sage die labern nur Bullshit das ist alles eine Fake News Agenda und dann plötzlich oh jetzt schreiben sie was was mir gefällt ey super das teile ich jetzt aber überall in meinen Gruppen also ist dir sowas nicht auch mal passiert oder aufgefallen dass du gesagt hast ja so groß kann das Feindbild ja eigentlich gar nicht sein weil wir verbreiten ja doch auch wenn es uns passt die Narrative das wird nicht mehr in Frage gestellt sowas ja ich weiß das von mir selber auch wenn ich in den sogenannten Mainstream Medien einen Artikel gefunden habe der mir in die Agenda gepasst hat dann ging der raus und wurde gefeiert und wenn es nicht gepasst hat da so habe ich eigentlich gar nicht mehr reflektiert in dieser ganzen Sache und es so wird auch kaum noch reflektiert ja man hat ja jetzt auch an Corona gemerkt ja sobald irgendwas aus den Mainstream Medien das Narrativ bedient was man selber hat dann wird es gefeiert und am nächsten Tag hasst man es wieder also das ist sehr unstabil labil ja das Ganze schon ich würde sogar tatsächlich sagen eigentlich schon ein Stück weit schizophren auch das würde ich sagen ist so Janusköpfig auf der einen Seite habe ich diese total feste Überzeugung die ich auch verbreite alles Mist alles Blödsinn alles Fake und auf der anderen Seite was mir passt so Cherrypicking picke ich mir raus und das ist dann natürlich ganz toll und was völlig anderes oder wenn wir gerade mal bei Schizophrenie sind ja also was mich auch sehr fasziniert hat war ja als Trump Präsident wurde der aufgrund seines Populismus und auch seiner Verbindung zu einigen Verschwörungstheoretikern in den USA in dieser Szene ja sofort wohl gelitten war ja dann zum Held wurde der gegen den Deep State kämpft und so weiter und so fort dabei ist Trump ja das Paradebeispiel eigentlich eines Menschen der fest eingebettet ist in all diese Strukturen die doch eigentlich abgelehnt werden ja wo man sagt ja da sind die Zirkel da sind die Leute mit dem Geld da sind die 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 Gesetze in ihrem Sinne manipulieren was er auch ja ganz offen zugegeben hat und sagt ja ich habe die Leute damals bezahlt ich kenne die alle und boah jetzt will ich den Sumpf aber ausrotten haha das wurde ja auch gar nicht mehr hinterfragt ja da war ja plötzlich ein strahlender Held da der eigentlich genau aus dem Milieu kam was man ja eigentlich als absolutes Feindbild gesehen hat ja und das das war auch so wo ich mir dachte okay wie rechtfertige ich sowas vor mir selber ja also wie kann ich dann wirklich so betriebsblind sein dass ich jemanden dann hochhalte den ich doch eigentlich laut meiner eigenen immer wieder erholten Überzeugung doch total ablehnen müsste wie war das bei dir wie ist Trump auf dich irgendwie gewirkt und wie hast du das irgendwie mitbekommen dass der Mann plötzlich so als große Heilsgestalt dann eben in diesen Kreisen auch dann da hochgehalten wurde ja also schau ich habe den jetzt nicht als Heilsfigur gesehen den Trump ja überhaupt nicht ich habe den schon als kritisch betrachtet ja nur ich muss halt schon auch sagen ich hatte schon so eine Form von Schadenfreude als der Präsident wurde und nicht Hillary Clinton ja weil Hillary Clinton das wurde ja so verkauft das ist die 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 Figur des Mainstreams die Establishment die Antritt gegen den Außenseiter und mir hat es einfach gefallen dass eben so Leute wie der Böhmermann oder diese ganzen eher so aus dem linksliberalen Spektrum wo ich ja eigentlich auch dazugehöre selber aber damals ich war halt Gaga und mir hat einfach das war mir so ein innerliches Vergnügen einfach zu sehen die Gesichter ich erinnere mich Böhmermann hat so einen Abend gemacht wo man sich die Wahl angeschaut hat und ich hatte allergrößtes Vergnügen dabei dass sie alle so betroffen waren dass Hillary Clinton und nicht Donald Trump Präsident wurde so Trump selber muss man ja sagen der hat das ja also nicht er aber der hatte ja so einen Beraterstab für die für die Wahl die ja ganz klar und mit Absicht in diese Szene hinein sind um für den Trump Stimmung zu machen ich kann mich erinnern es gab dann mal so ein Posting auf Facebook wo geschrieben wurde dass Trump wenn er Präsident ist wird 9-11 neu untersucht und das war also da hatte ich schon noch Hirn genug um mir zu denken das ist dann Fake und da habe ich so ein bisschen kritisch gesehen diese Stimmung mache für den Trump selber aber vom Prinzip meine Freude war einfach meine Freude war einfach zu sehen dass eben nicht das Establishment gewinnt obwohl Trump ja genauso ein Teil davon ist so was gelungen ist von diesen Kreisen jemanden als totalen Insider als Außenseiter zu verkaufen das ist ja Trumps Rolle gewesen der ist ja das Enfant Terrible gewesen der empört hat der verbal auf die Kacke gehauen hat ich muss dazu sagen ich habe mich damals auch gefreut dass Trump Präsident geworden ist nicht mal so sehr aus politischer Überzeugung weil da war mir auch klar dass da genauso viel Kritik würdig bei ihm ist wie auch bei anderen Kandidaten eigentlich bei jedem Kandidaten der antritt aber ein Stück weit hat mich gefreut dass die Leute gesehen haben okay man kann das Kind nicht mit dem Bader ausschütten man kann nicht sagen es sind alle Dinge unsagbar und alle Dinge müssen komplett verbannt werden die den Leuten unter den Nägeln brennen und das haben wir meiner Ansicht nach auch ein großes Problem auch immer noch im Westen dass es bestimmte Trigger-Themen gibt wo es nur eine gute und alle anderen bösen Seiten gibt wenn man zum Beispiel sagt ich möchte eine kontrollierte Einwanderung ist das ja was anderes als Ausländer raus oder Ethnopluralismus und alle müssen weiß, blond, blauäugig sein aber es wird so dargestellt es heißt direkt das geht ja in der Richtung das könnte auch von der AfD kommen oder oh mein Gott und schon ist man im nicht sagbaren Bereich und das ist auch meiner Erfahrung nach so ja der Schmelz mit dem auch Leute gefangen werden können von Verschwörungsideologen von Extremisten die dann es so darstellen als wir haben keine Meinungsfreiheit man darf ja gar nichts mehr sagen und wir sind die einzigen die wirklich sagen was Sache ist und komm doch zu uns und hier kriegst du keinen Maulkorb sondern wir dürfen alles sagen was ja auch völliger Bullshit ist weil da darf man auch nur das sagen was in dieser Szene wohl gelitten ist ansonsten hat man auch Probleme aber es ist halt eben so ein Stück weit auch Verantwortung meiner Ansicht nach der Politik und der Gesellschaft die engste Sorgen und Nöte der Menschen wahrzunehmen und diese auch zu adressieren ohne sie in einem extrem radikalen populistischen Sinne dann auszuschlachten was natürlich auch mal sehr schwer ist in der Politik keine Frage aber da war Trump für mich so ein Door Opener ja weil ich mir da erhofft hatte dass die Leute sagen oh okay wie ist das verdammt nochmal möglich geworden wie konnte so ein Typ der wie Bürgermeister Quimby im Real Life aus den Simpsons wirkt Präsident der USA werden ja und das funktionierte ja tatsächlich nur weil viele Themen einfach sowohl von der Republikanischen Partei damals als auch von den Demokraten nicht mehr ernst genommen und nicht mehr adressiert worden sind ja und vor dem Problem stehen wir auch in Europa ja weil die Leute wählen hier in Deutschland nicht AfD aus Überzeugung sondern weil dieses auch verstehen sich zu inszenieren als diejenigen die sich trauen Themen anzusprechen die ansonsten immer so gerne unter den Teppich gekehrt werden ja weil da spricht man einfach nicht drüber und es ist nochmal die Frage wir sind ein Einwanderungsland wir brauchen Einwanderung keine Frage aber muss diese nicht auch Kontrollen unterworfen sein und das war ja damals schon ganz schlimm wo dann von Obergrenze die Rede war ja das hat die AfD ja ins Spiel gebracht dann galt es pauschal als rassistisch dass es da aber auch ganz andere Stimmen gab mitunter aus der SPD ja und aus den Grünen auch die gesagt haben hey Mensch Moment wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen ja und wenn wir weiter prosperieren wollen dann müssen wir auch tatsächlich mal sagen wir können leider nicht allen helfen ist keine schöne Aussage viele werden auch wieder sagen oh mein Gott jetzt werden Menschen dann ausgeschlossen und nach gut und schlecht gewertet darum geht es ja gar nicht man muss aber auch einfach mal die Fakten anerkennen ja und da tun sich einige sehr schwer mit und dass nicht offen darüber geredet wird dass nicht gemeinsam nach Lösungen gesucht wird die für alle verträglich sind das ist schon ein großes Problem ja weil du hast es eben auch beschrieben diese Trotzhaltung die eintritt die ist bei vielen Leuten natürlich dann auch zu sehen weil sie sagen ach ich darf nicht drüber reden ich werde noch beschimpft wenn ich hier mal eine Frage stelle da gehe ich natürlich zu den Leuten die mir vorgaukeln dass sie meine Interessen vertreten und für all das eintreten was mir als Sorgen und Nöte unter den Nägeln brennt ja das ist ein guter Einwand nämlich diese Anknüpfungspunkte die man so findet indem man diese Totalablehnung erfährt ich kann mich erinnern das war 2014 eben als ich da rein bin in diese Protestbewegung als ich dann auf der Straße stand meine Reden gehalten habe und dann kann ich mich erinnern dann kam ein Typ auf mich zu das war das muss gewesen sein irgendwann im Juni Mitte, Ende Juni und dann kommt so adrett gekleidet kommt er her und sagt er du Servus ich finde cool was du machst mir gefallen deine Reden aber ich sage dir gleich ich bin von der anderen Seite und ich sage so na was bist du ein Journalist nö na dann bist du sicher Banker nö sagt er ich bin Rechtsextremist und dann hat sich halt rausgestellt dass das ein bekannter österreichischer Rechtsextremist war also wirklich ein bekannter Typ und der hat sich dann mit mir der hat sich mit mir ein paar Mal getroffen wir waren dann ab und zu mal einen Kaffee trinken ich war neugierig auf ihn er war neugierig auf mich und vom Prinzip war immer so was er gesagt hat hey das was du jetzt erlebst diese Ablehnung der Medien diese Lügen die du jetzt erfährst über dich und so ich kenne das alles bei mir läuft das schon seit 10-15 Jahren so also der hat halt so versucht ist ihm nicht gelungen aber der hat halt versucht mich auf diese Art einzuweichen und in sein Lager reinzuziehen und da muss man schon auch ein bisschen Kritik dann an den Mainstream Medien äußern an den sogenannten Mainstream Medien die machen es sich zum Teil zu einfach und die vergessen oder sehen dann nicht diese Mechanismen die eben dazu führen dass ein Typ wie ich dann plötzlich mit einem mit einem mit einem Menschen am Tisch sitzt der ganz offen von sich sagt ich bin Rechtsextremist der den Holocaust leugnet der den Staat stürzen möchte der Prepper ist der sich auf einen Umsturz vorbereitet und so das hat das schon alles auch begünstigt also da muss es ein bisschen eine Reflexion geben auch bei den Medien sage ich mal bei Journalisten und Journalistinnen und ein Problem was ich auch sehe in diesen ganzen aufgeheizten Debatten sind einfach die sozialen Medien also da da ist kein Diskurs möglich und die Stimmung heizt sich immer weiter auf ich bin ja mittlerweile an dem Punkt wo ich sagen würde Politik komplett raus aus sozialen Medien ja einfach nur Fotos von Katzenblumen Essen Fotos und so über Freunde ja aber Politik raus aus den sozialen Medien ist halt nur schwer umsetzbar naja ich meine tatsächlich hat ja jeder das Recht und das auch zum Glück über das zu sprechen was ihn bewegt aber ich sehe es ähnlich also wenn man sich teilweise Twitter anschaut oder auch Facebook Gruppen das sind in sich geschlossene Welten das sind natürlich in diesem Bereich wo eigentlich jeder irgendwie früher einen Account hatte und aktiv gewesen ist natürlich auch Zugangsmöglichkeiten diese Szenen vorher nicht hatten ja also die konnten dann irgendwann mal mit ihrer Manpower wenn es hochkam maximal 50.000 Flugbetter verteilen da haben 1000 Leute reingeschaut und 100 waren interessiert und wenn sich da welche in ein Herz gefasst haben und haben sich an diese Leute gewandt sind vielleicht nachher 5 oder 6 geblieben ja das war die Erfolgsquote aber heute in den sozialen Medien ist das ja so einfach so schnell und so ungefiltert möglich mit solchen Kreisen direkt in Berührung zu kommen sich da auch einlullen zu lassen und dann natürlich auch die Attraktivitätsangebote vermittelt zu bekommen ja diese Erlebniswelt du hast ja eben auch angesprochen ich stehe plötzlich auf der Bühne ich bin plötzlich jemand der was tut für den Frieden gegen den Krieg für die Wahrheit gegen die Lüge das sind natürlich ganz starke Bilder die die Menschen ansprechen und du hast ja eben auch ausgeführt du hast ja eine schwere Zeit hinter dir gehabt 2013 und hast 2014 dann durch diese Aktivitäten ja auch dann ein Stück weit wieder wenn ich das so sagen kann Lebensenergie geschöpft und Enthusiasmus bekommen und gesehen von wegen Mensch ich bin jetzt nicht nur Opfer das Trübsal bläst sondern ich mach was ich tu was ich bin wer ja auf einer ganz anderen Ebene ja du musst aber dir sagen du hast vorher auch ein normales Leben gehabt du hast einen guten Job gehabt du hast eine super Ausbildung gehabt du bist integriert gewesen es gibt aber viele viele Menschen die sowas nicht haben ja die die keinen guten Job mehr haben die Existenzängste haben die nicht gut vielleicht im Leben zurecht kommen und für die ist natürlich so ein ausgerollter Teppich in diesen Kreisen ganz ganz wichtig und elementar ja weil da können sie was sein da kriegen sie auf einmal Feedback und ich weiß nicht ob du es gesehen hast ich bin kürzlich auch im ORF in einem Dreiteiler über Verschwörungswelten zu Gast gewesen da ging es um den Gründer des Qanon Österreich Channels ja also auch eine ganz ganz üble Figur der wirklich übelste Hetze und auch gewaltaffine Aufrufe teilt und ja auch so Positionen vertritt ein Jude kann kein Österreicher sein er ist und bleibt ja Jude und also wirklich ganz ganz schlimm ja aber wenn man sich den mal näher angeschaut hat muss man sagen ist das ein ganz ganz armer Kerl ja also wirklich vollends auf ganzer Linie im Leben gescheitert hat über vielfältigste Ebene versucht was darzustellen war als Krimineller als Junkie im Knast hat dann auch so Aufnahmen gemacht von wegen ja hier ich war der Kingpin of Crime das haben sich 20 Leute angeschaut auf YouTube und er hat also nie dieses Feedback bekommen was er jetzt in dieser Szene bekommt ja weil die schaut einfach darüber hinweg was der eigentlich darstellt was der für Probleme hat die sagen einfach boah der haut raus der macht wenigstens was der sagt die Wahrheit der wird dafür noch verfolgt und zum Schweigen gebracht und zack bumm hat so eine verkrachte Existenz plötzlich die Legitimation und ein Feedback was er sonst niemals Kraft seiner eigenen Charakteristik erreichen könnte und ich denke das ist sehr sehr schwer Leuten sowas wegzunehmen weil selbst wenn man denen jetzt alle Social Media Accounts sperrt wenn man jetzt komplett durchsetzen würde diktatorisch no Politik keine Politik mehr darf nicht drüber geredet werden es würde die Leute ja trotzdem dabei halten dann weichen sie halt aus auf irgendwelche eigenen Kanäle wie Gap oder Telegram und so weiter und so fort du kannst ja das Grundproblem der Leute nicht dadurch beheben und das ist ja das was ich auch mal in meinen Videos sage die wenigsten Leute werden extrem oder werden radikal oder werden Verschwörungsideologen aufgrund der Sachthematik es sind meistens persönliche Momente die jemanden daran binden und wenn du selber bist ja ein sehr reflektierter Mensch heute für dich mal reinschaust und sagst okay fernab der Themen die mich vielleicht irgendwo interessiert haben oder getriggert haben was war denn mein persönliches Moment dass ich alles weggeworfen habe alles geopfert habe um diesen diesen Wahnsinn da mitzumachen so lange was war so dein dein Ding wo du sagst so das war das was mich als Menschen da gepackt und gehalten hat also einerseits war es war es natürlich dieses die Idee wirklich etwas Gutes zu tun für uns als Menschheit damit wir vorwärts zu kommen das ist ja alles sehr nobel und sind sehr hehre Ansprüche gegen Krieg zu sein gegen Gewalt zu sein aber es war halt zum Teil falsch verknüpft weil man weil man Bedrohungen wahrgenommen hat wo es eigentlich keine gab weil man weil man Fehler die zum Beispiel Journalisten Journalistinnen gemacht hat einfach als Angriffe gewertet hat und so also es war schon eine komplett verschrobene Wahrnehmung von allen und dann muss ich halt dazu sagen dass ich dass ich ja eigentlich als Künstler und Schauspieler ich habe einfach ein riesen Interesse auch spannende Menschen spannende Biografien kennenzulernen und 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 in meinem Fall das war einfach auch Ken Jebsen ich habe den seine seine Art auf der Bühne sich zu präsentieren seine seine rhetorische Begabung und Talent was er damals noch viel stärker auslegt oder hatte als als jetzt ja das hat mich einfach angefixt ja der Typ der Typ hat mich hat mich begeistert und ich habe in den ich habe in den sowas gesehen wie einen Rudi Dutschke ja also ich habe ich habe diese 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 Aggression und diese Zerrissenheit die der auch in sich trägt das habe ich erst viel später angefangen zu sehen ja ich war vom Prinzip schon so ein bisschen ein Fanboy auch von dem und 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 bin ihn dann ein bisschen nachgeeifert aber halt auf meine Art ja ist jetzt nicht dass ich Ken Jebsen gespielt habe aber ich habe dann angefangen als ich gemerkt habe mit dem Friedensmahnwachen das ist vorbei bei uns in Wien haben wir sich rausgezogen ein Freund den ich da kennengelernt habe und ich dann haben wir einen YouTube Kanal gegründet dann haben wir haben wir angefangen selber in so eine Richtung Journalismus zu arbeiten haben Videos online gestellt und so also das war so das war so mein Antrieb ja einerseits die Begeisterung die ich über Ken Jebsen erfahren habe viele andere spannende Begegnungen ich habe wirklich tolle Leute interessante Leute auch kennengelernt in dieser Szene und dann eben auch dieses sich selber oder 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 selber gestalterisch werden indem man ein Medienportal eröffnet gut aber ich denke mal du bist ja intelligent ja du bist ja gut vernetzt gewesen du hättest ja auch in jedem anderen Bereich medial tätig werden können ich denke mal das war natürlich auch schon was besonderes dass du ja schon in einer gewissen Schiene aktiv gewesen bist und sagen konntest ich bin alternatives Medium ich bin anders als die anderen und ich verbreite Dinge die sich die anderen nicht zu sagen trauen oder nicht sagen dürfen weil sie gekauft sind weil sie Teil der New World Order sind und so weiter und so fort oder das ist ja nochmal so ein bisschen das Salz dass man sagt okay ich mache nicht einfach Medien weil dann hättest du ja auch blöd gesagt wie du eben sagtest Katzenvideos auf Facebook veröffentlichen können ja auch irgendwie als ja die schönste Pussy in ganz Österreich wird von mir gesucht ja du wolltest ja schon in einem bestimmten Bereich aktiv werden natürlich weil ich eben mich dann schon als so Friedensaktivist gesehen habe und ich kann mich erinnern wir haben dann irgendwann dass da waren diese Demos die Demos waren schon vorbei dann habe ich mich so der Aufklärung verpflichtet gefühlt und dann kann ich mich erinnern dann haben wir Veranstaltungen organisiert in Wien unter anderem auch war Ken Jebsen da als Vortragender und wir haben halt gesucht wo können wir diese Veranstaltung machen weil es war zum Teil nicht so einfach ja es gab so ein so ein linkes politisches Zentrum da hat dann ein Bekannter von mir zuerst angefragt wegen einem Vortrag von Ken Jebsen das ging durch ja konnten wir dann wurde uns genehmigt sozusagen und dann aber einen Tag vor Beginn wurde uns das wieder abgesagt weil da ist halt dann Druck passiert und so Sachen weißt das führt nicht zu einer Erkenntnis wenn wenn dann wenn du eine Veranstaltung organisierst und das wird dir dann abgesagt weil irgendwelche Figuren mobil machen dagegen dann ist das jetzt nicht so dass ich dann zu Hause im Bett gelegen bin und mir gedacht hab das ist echt nett von denen die machen sich Sorgen um mich und kümmern sich darum dass diese Veranstaltung nicht stattfindet sondern ich hab dann schon angefangen mich sehr zu ärgern und mir immer wieder gedacht jetzt erst recht jetzt erst recht und dann hatten wir einen Veranstaltungsort in Wien das war eine Kirche im so im 22. Bezirk Donaustadt und unter der Kirche das war so eine ganz moderne Kirche und unter der Kirche da konntest du so die Treppen runtergehen und dann war darunter war so ein größerer Veranstaltungsfall und da haben wir unsere Vorträge organisiert wir mussten ein bisschen was zahlen die Pfarre wusste nicht auf was sie sich da einlässt wer diese Leute eigentlich sind und wir haben dann da unsere Veranstaltungsreihe organisiert Ken Jebsen Monika Donner Rüdiger Lenz ja und Johann Kalari über 9-11 und dann war es halt so dann sitzt du da so unten unter einer Kirche und dann denkst du dir naja das ist ja fast irgendwie biblisch was wir hier machen ja das hat schon sowas wie damals als die Christen noch nicht Christen sein durften und sich in irgendwelche Höhlen zurückkrochen und da halt dann ihre Messen und Gottesdienste machten so sitzen wir halt als die Friedensaktivisten die sich die sich gegen den gegen den Weltkrieg die sich gegen den kommenden Faschismus auflehnen so sitzen wir jetzt unter einer Kirche im Keller und machen unsere Veranstaltung also vom Prinzip schon sehr präpotent sage ich mal ich kenne das nur allzu gut ich habe schmunzeln müssen weil genau diese Bilder habe ich damals auch als Neonazi verkauft das war immer unser Anspruch zu sagen 2000 Jahre wurde das Christentum verfolgt und musste im Untergrund arbeiten bis es zur dominierenden weltanschaulichen Kraft werden konnte wir tun dasselbe wir stehen einer Übermacht gegenüber die alles vermeintlich versucht um uns aufzuhalten weil wir die Wahrheit sagen weil wir ein besseres Leben den Menschen bringen und so weiter und so fort bla 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 rhabar rhabar aber es waren dieselben Bilder dass man sich da so als Märtyrer stilisiert hat und was ich jetzt aufgebe das steht ja in keinem Verhältnis dazu was es zu gewinnen gilt und das war ja auch so eine Selbststilisierung als Heiliger als Märtyrer als jemand der das Gute erreichen möchte also es ist wirklich immer wieder interessant wir aus den verschiedensten Lebensläufen den verschiedensten auch ortsunabhängigen Strukturen doch solche Dinge sich immer wieder herauskristallisieren lassen die verbindend sind in den Köpfen der Menschen so lieber Stefan ich sehe gerade wir haben heute auch schon wieder mehr gequatscht als wir eigentlich wollten also eigentlich wollten wir mehrere Teile machen so 30 45 Minuten jetzt sind wir fast schon eine Stunde dran du hast gleich noch einen Termin ich habe gleich noch einen Termin aber ich hoffe und denke du wirst nicht das letzte Mal bei mir gewesen sein weil wir sind noch gar nicht dazu gekommen darüber zu sprechen wie du dann so langsam deinen Absprung geschafft hast was du danach für Arbeit gemacht hast und so weiter und so fort also wer da die nächste Folge hoffentlich nächste Woche kommen wird wenn wir es einrichten können uns zu treffen nicht abwarten kann checkt bitte vorschläge Stefan, du hast das Wort und danke dir, dass du hier gewesen bist. Es war echt ein Mehrwert, hoffe ich, für die Community. Ja, also danke mal, Axel, dass ich da sein konnte. Wie gesagt, schaut auf meinem Kanal Baba Patonek. Ich mache so verschiedene Formate. Manches ist so ein bisschen komödienhaft, comedy-mäßig. Ich kommentiere Tagespolitik und Gesellschaftspolitik. Aber ich arbeite eben auch auf meinen Werdegang in die Szene hinein und wieder hinaus. Es ist so, ich stehe da relativ am Anfang mit diesem Projekt. Ich trage es schon länger mit mit mir, aber ich bin da relativ am Anfang. Es ist eine harte Sache auch. Es ist eine harte Sache, sich mit sich selber zu konfrontieren. Und ich versuche das Ganze halt mit Augenzwinkern und Schmunzeln zu machen, weil sonst wäre das wirklich eine peinliche und tief tragische Sache auch. Deshalb hoffe ich halt, wenn man dann vorbeischaut auf meinem Kanal, dass man ein bisschen Spaß hat mit dem, was ich mache. Mal schauen, das wird ein längeres Projekt. Ja, ich rechne mal sicher mit einem halben, dreiviertel Jahr, bis ich da durch bin durch diese sechs Jahre. Und wichtig ist mir einfach, Leute, dass man versucht, auch wie es Axel schon gesagt hat, dass man immer versucht, im Diskurs zu bleiben, dass man den anderen als Menschen sieht, weil das ist wirklich, was hilft, dann jemanden irgendwo, egal welche Szene das ist, ihn wieder rauszuholen, indem man sich menschlich begegnet. Und dir, lieber Axel, nochmal herzlichen Dank, dass du mich da hast sprechen lassen bei dir. Sehr gerne und war hoffentlich nicht das letzte Mal. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, war auch ein sehr kurzweiliges Gespräch wieder. Und ich bin echt gespannt auf das Feedback auch der Community. Wir konnten natürlich jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail aussprechen. Das ist ja nie möglich, weil dann sähe es mal wahrscheinlich fünf Tage her und hätten immer noch einen Haufen Fragen und einen Haufen Dinge, die man auch noch ausleuchten kann. Aber ich denke mal, die Grundtendenz ist klar geworden. Und wie gesagt, was du persönlich erzählen konntest, war sehr, sehr interessant. Also da auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank, dass du schon mal heute hier warst. Und an euch, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr künftig weiteren Content von mir sehen wollt, vielleicht auch noch ein bisschen mehr und ein bisschen professioneller, unterstützt meinen Kanal. Ich habe es euch wieder eingeblendet. Hier ist mein Paypal-Konto. Da könnt ihr mir gerne eine Spende zukommen lassen. Hier findet ihr mich auf Twitter, auf Instagram. Und ganz, ganz wichtig, ein Abo dalassen und die Glocke abonnieren, damit ihr keine Beiträge mehr verpasst. Weil dann sagt euch YouTube immer Bescheid, wann ein neues Video hochgeladen wird. So auch dieses. Und liebe Leute, habt eine gute Zeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage noch wieder. Am Freitag wahrscheinlich auch wieder auf dem Kanal von meinem Freund Philipp Schlaffer. Da hat es diese Woche auch einen Beitrag gegeben über den Angriff auf Oliver Pocher bei der Fight Night mit Felix Sturm. Da muss ich wirklich sagen, war ich auch echt entsetzt, was sich da teilweise auch wieder für Leute in den Kommentaren gemeldet haben, die Gewalt gut heißen und dann von Respektschelle und ähnlichem schwadroniert haben. Aber schaut da auch mal rein. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Video, wie ich finde. Ja, und genug der Eigenwerbung. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, wie gesagt. Wir hören und sehen uns hoffentlich bald wieder.